Was macht IT-Management so interessant? Erstens, es ist ein Masterstudiengang. Sie dürfen sich nachher Master of Science in IT-Management nennen. Es ist ein Studiengang an der Westfälischen Wilhelms-Universität, eine der renommiertesten Universitäten. Und Sie lernen die ganze Bandbreite von technischen Fragestellungen, Software Engineering, Beta Science, über Kerngebiete des IT-Managements, Daten, Prozesse, E-Commerce, bis hin zu eher managementorientierten Fragestellungen, IT-Management. Dazu kommen, was immer wichtiger wird, Fragestellungen des Rechts, des Rechts, das Sie brauchen für Ihre tägliche Arbeit.